Eigentlich wären meine Kollegen und ich die letzten Tage in Los Angeles gewesen, um dort von der wichtigsten Videospielmesse der Welt zu berichten. Große Stände der Publisher, Dauerbeschallung und sicherlich der ein oder andere Burger hätten uns erwartet. Aber Corona ist ne Bitch und so ist die i3, wie letztes Jahr, quasi ins Wasser gefallen. Zumindest analog. Digital fand das Event dennoch statt und einige Publisher und Entwickler nutzten diverse Online-Auftritte, um auf ihre kommenden potenziellen Hits hinzuweisen. Doch wer waren die Gewinner der Messe? Und wer hätte sich seinen Auftritt sparen können? Hier meine Meinung dazu. Ja, es stimmt. Von Halo gab es in Anführungszeichen nur den Multiplayer-Modus zu sehen. Und auch zur angeblichen Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Hideo Kojima gab es kein Wort, dafür aber durchaus einige starke Ankündigungen und Trailer potenziell guter Spiele. Allen voran natürlich Starfield. Ja, der Trailer hat jetzt kein Gameplay gezeigt, aber eben Hoffnungen in vielen Leuten hervorgerufen. Auf neue, unbekannte Spielwelten. Werden wir hier ganze Planeten frei erkunden können? Wenn ja, wie viele? Viel weiß man definitiv noch nicht über Starfield. Todd Howard von Bethesda bezeichnet es selbst als Skyrim im Weltraum. Das dürfte für viele schon reichen als Kaufargument. Starfield soll im November 2022 erscheinen. Doch Starfield war nicht der einzigste Star der Microsoft-Show. Stalker 2 hatte ebenfalls einen eindrucksvollen Auftritt. Am Lagerfeuer erzählt ein Stalker über seine Erlebnisse, die man prompt natürlich in schönen Rückblenden sieht. Da kommen Erinnerungen an den Erstling hoch. Wie man diese düstere Welt erkundet hat und sich mit mutierten Viechern und Anomalien rumschlagen musste. Bloß das jetzt alles halt viel besser aussieht. Apropos besser aussehen. Wie gut sah denn bitte Forza Horizon 5 aus? Ich bin ja eher ein Fan der Serie, deswegen war es jetzt nicht so schwer, mich zu überzeugen. Mexiko scheint ein toller Schauplatz zu werden. Ich bin einfach nur froh, dass man endlich wieder auf der rechten Straßenseite fährt. Aber wie es sich für eine Forza Horizon-Präsentation gehört, war der Gamertalk der mitmachenden Entwickler wieder einfach nur Fremdschämen pur. Dann gab's noch Gameplay zu Battlefield 2042. Neues von Psychonauts 2. Einen Blick auf das unglaublich abgefahrene Atomic Heart, einen sehr ironischen Outer Worlds 2-Trailer und auch einen Trailer von A Plague Tale A Requiem, den ich einfach nur beeindruckend fand. Für Freunde von Indie-Games gab es endlich das Release-Datum zu 12 Minutes und mit Summerville sehen wir das erste Spiel des kleinen Studios Jump Ship, das von einem Mitgründer des Entwicklers Playdead kommt, die uns ja Limbo als auch Insight gebracht haben. Innerhalb von 90 Minuten wurde hier verdammt viel gezeigt, dass nicht nur exklusiv für Microsofts Konsole und den PC erscheinen wird, sondern auch gleich im Game Pass landet. Achja, und ein Xbox Series X Mini-Kühlschrank kommt ebenfalls auf den Markt. Genau so geht man sympathisch mit nem Meme um. Wenn zur wichtigsten Messe der Branche einer der größten Player der Branche nicht mal antritt, dann ist das in meinen Augen einfach eine verpasste Chance, den Fans zu zeigen, was man in den nächsten Jahren alles geplant hat. Ja, Sony hat jetzt nicht das erste Mal der E3 den Rücken gekehrt und es wird gemunkelt, dass bald in einer State of Play Sendung mehr gezeigt wird. Ich find's dennoch schade, dass alles erstmal so ungewiss ist. Auch wenn wir im Nachhinein wahrscheinlich alle jubeln werden, wenn sie dann ihr kommendes Lineup zeigen. Ich hab so unglaublich Bock auf das neue Breath of the Wild 2. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da Teil 1 für mich das beste Spielerlebnis ist, das ich wohl jemals hatte. Im Endeffekt war Teil 2 auch alles, was ich sehen wollte von Nintendo. Wie es aussieht, wird das Spiel ne ganze Ecke vertikaler als sein Vorgänger, denn wie man im Trailer sehen kann, schweben ganze Landstriche der Welt wohl weit oben in den Lüften. Ob Ganon dafür verantwortlich ist und kehren klassische Dungeons eventuell wieder zurück, das wissen wir leider nicht. Dafür wissen wir aber, dass Link neue Fähigkeiten hat, womit er sich zum Beispiel durch festes Gestein quasi beamen kann. Leider werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Erst 2022 soll das Spiel auf den Markt kommen. Puh, viel zu zeigen hatte Capcom nicht, weshalb man sich schon fragen kann, warum man dann überhaupt so einen Auftritt hinlegt. Auch wenn ich an dem, was es zu sehen gab, gar nicht so viel auszusetzen habe – Ace Attorney ist ne tolle Serie und hat auch jede Menge Fans – mich störte eher die komplett unnatürlich dauergrinsende Moderatorin. Das war mir einfach zu fake. Nach wie vor finde ich, dass Mario plus Rabbids Kingdom Battle eines der besten Spiele für die Switch ist. Und lange habe ich darauf gewartet, dass die Zusammenarbeit von Nintendo und Ubisoft weitere Früchte trägt. Mit Sparks of Hope ist nun ein weiterer Teil des Taktikspiels in der Mache, in dem Mario und die Rabbids ins Weltall düsen und mit einer neuen, tentakelhaften Bedrohung konfrontiert werden. In einem kleinen Gameplay-Trailer sieht man, dass das Bewegungssystem überarbeitet wurde. Ich hoffe, es gibt einfach wieder schöne taktische Scharmützel im XCOM-Light-Stil. Und natürlich den Humor der Rabbids, der hier gut passt. Die Koop-Zombie-Huts namens Left 4 Dead ist für viele Spieler auch heute noch eine der besten Multiplayer-Erfahrungen. Und schon lange wartet man auf einen Nachfolger. Der ist zwar erstmal nicht in Sicht, dafür wurden auf dieser E3 viele Spiele gezeigt, die mehrere Spieler im Koop-Modus gegen Monsterhorden antreten lassen. Da wäre natürlich Back 4 Blood von ehemaligen Left 4 Dead-Entwicklern, dessen Ähnlichkeit man schon am Titel erkennt. Dann ist da Redfall von den Arkane Studios, das aussieht, als würde es Left 4 Dead mit Vampiren werden. The Anacruces wird wohl Left 4 Dead im Weltraum mit Aliens und nen bisschen gruvigeren Stil. Rainbow Six Extraction wirkt auch so, als hätte es ne große Portion Inspiration von Left 4 Dead abbekommen. Und Evil Dead The Game schickt auch eine Gruppe von Spielern gegen jede Menge Monster. Und das sind nur die Spiele dieser Art, die auf der E3 gezeigt wurden. Abseits dessen gibt's ja noch ein paar weitere Vertreter, die spielerisch im Endeffekt alle das gleiche machen. Auch wenn ich per se nichts gegen das Genre habe, schwappt hier auf einmal eine Welle mit zu vielen Spielen der gleichen Sorte auf uns zu. Noch bevor ich alle gespielt habe, habe ich das Gefühl, davon schon komplett übersättigt zu sein. Endlich gab es Material zu Elden Ring. Und ja, es wird halt einfach Dark Souls in der Open World. Zumindest ist es vom optischen Stil auf der gleichen Linie. Das kann man positiv als auch negativ sehen, ich denke aber vielen Fans reicht genau das. Die Welt wird sich aus sechs unterschiedlichen Arealen zusammensetzen. Jedes davon wird von einem Halbgott beherrscht, mit dem wir es dann sicherlich aufnehmen werden, um die Bruchstücke des sagenumwobenen Elden Ring wieder zusammenzufügen. Zwar soll es keine großen Städte voll mit NPCs geben, dafür aber düstere Dungeons und wie man prominent sehen konnte, ein Pferd, mit dem wir nicht nur schneller von A nach B kommen, sondern von dessen Rücken wir auch angreifen können. Autor George R. R. Martin hat bei der Story mitgewirkt und wird hoffentlich dafür sorgen, dass wir wieder voller Spannung vor dem Bildschirm sitzen, um uns an der düstren Welt und dem genialen Monster-Design zu ergötzen. Elden Ring hat auf jeden Fall das Potential, das Magnus Opus und die Crème de la Crème der From-Software-Spiele zu werten. Das waren so meine Eindrücke zur E3. Natürlich hoffe ich, dass diese Messe tatsächlich irgendwann wieder richtig, also so vor Ort in Los Angeles stattfinden wird und nicht nur digital. Denn auch wenn es schön ist, viele Spiele geballt vorgestellt zu bekommen, geht doch viel Flair verloren. Aber was waren denn eure Gewinner und Verlierer der diesjährigen E3? Wer hat euch überzeugt und wer enttäuscht? Postet eure Meinung dazu gerne in den Kommentarbereich. .